Wird klein Bubu ein Krebs oder ein Löwe? Das ist hier die Frage. Hier ist übrigens die Wondi, Laura und ich sage euch jetzt, wie ihr euren Babybauch bemalen sollt. Kleiner Tipp schon mal für euch. Hakuna Matata. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Malt auf jeden Fall ein richtig süßes Gesicht jetzt in die Mitte des Baures. Ja, ihr habt es richtig erraten. Es ist Simba. Mit riesen coolen Augen und die Ohren könnt ihr in links und rechts rosa anmalen und um Simba herum, also um das Gesicht, dürft ihr dann so richtig tolle Blätter malen und zwar mit Regenbogenfarben. Könnt ihr euch natürlich die Farben auch aussuchen. Ich hoffe, euch gefällt es und ich finde, ihr seht toll aus mit eurem Babybauch.